Die Schönheitsposition bringt alle wichtigen Elemente und Nährstoffe direkt zur Gesichtshaut über eine verstärkte Durchblutung unseres Gesichts. Diese Position bewirkt auch eine verbesserte Durchblutung der Hypophyse, der wichtigen Gerüse unseres Gehirns, die all unsere Hormone steuert. Wir legen uns auf eine Decke und können beim ersten Mal unsere Beine auch gegen eine Wand abstützen. Sobald wir uns an die Position gewöhnt haben, strecken wir die Beine in zwei Etappen gerade nach oben und halten diese Position, indem wir uns mit den Händen dabei abstützen. Im Laufe der Zeit verzichten wir ganz auf die Wand. Am Anfang bleiben wir nur 30 Sekunden in dieser Position und steigen jeden Tag um 10 Sekunden, bis wir 2 bis 4 Minuten erreichen. In jedem Fall sollten Sie vor dieser Übung ausnahmsweise Ihre Art fragen. Das war das so, was Sie haben gesagt, bis wir uns mal kurz auf die Wand, ein bisschen nicht in den Händen dabei ab execuert. Bis zum nächsten Mal.